und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freunde des gepflegten klembersteinbaus heute mal wieder mit einem china eigenimport und zwar von guanjan der 100242 und dabei handelt es sich um einen panzerkampfwagen tiger die anzeige sowie den preis blende ich euch natürlich wieder ein und ich habe in der beschreibung auch wieder den link zu diesem set letztes mal hatte ich ja super viel spaß mit dem guanjan nissan fairlady wo die steine qualität richtig gut war das fahrzeug am ende richtig gut war und ich hoffe dass sich das auch im militärbereich wieder so durchzieht denn dort hatte ich mit guanjan echt gute erlebnisse wie den typ 98 ijo zum beispiel aber auch echt schlechte erlebnisse aber ich würde sagen wir können uns lange dieses päckchen mit luftpolsterfolie anschauen wichtig ist ja was drin ist und dementsprechend mache ich das ganze jetzt mal auf in der luftpolsterfolie haben wir noch mal folie und auch die mache ich jetzt auf und in der inneren folie finden wir natürlich noch mehr folie hier aber dieses mal wirklich die steine tüten über die steine qualität reden wir wie immer während des baus und dann haben wir natürlich noch die anleitung und das ist eine wirklich billige auffalt anleitung das finde ich schade weil guanjan auch durchaus wirklich schöne anleitungen in heftform hatte auf jeden fall wird in dieser anleitung ausgegraut was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt in diesem set ist das auch grau und das hebt sich jetzt in der anleitung nicht so sehr ab aber ich denke es lässt sich danach trotzdem ganz gut bauen obwohl die bilder trotzdem größer sein könnten und die anleitung auch gerne einfach eine bessere qualität haben könnte beziehungsweise klammer gebunden kommen könnte auch solche informationen wie eine teile anzahl oder eine teile liste fehlen mir hier in dieser anleitung auf jeden fall haben wir aber 51 bauschritte im 49 und 50 bauschritt werden nur noch die figuren gebaut und 48 bauschritte sind es insgesamt für den panzer wie es sich nach der anleitung bauen lässt werde ich natürlich berichten fange jetzt auch an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten wichtigen bauschritt wieder und wir sehen uns das erste mal wieder nach 19 bauschritten wir haben als erstes die panzerwanne mit den ganzen laufrollen gebaut und auf diese laufrollen dann auch direkt die ketten aufgezogen bei vielen panzer macht man das ja ziemlich spät bevor man dann erst den geschützturm komplett baut aber hier hat man sie sofort aufgezogen was mir auch besser gefällt denn im nächsten schritt wenn das hier gebaut ist bauen wir dieses teil hier unabhängig von der panzerwanne das wird dann natürlich irgendwann hier drauf gesetzt und sobald dieses teil drauf gesetzt ist wird es sehr friemelig die ketten dort drauf zu bekommen also finde ich diesen ansatz schöner die ketten ziemlich früh drauf zu bauen die panzerwanne ist natürlich in ohne irgendeine einrichtung ziemlich normal für diese größenordnung und die ketten laufen in ordnung mit auf dem tisch leider nicht aber das sind wir von dem tisch ja auch schon gewohnt ich habe es vorhin auf einem teppich probiert da laufen sie ganz gut mit mir gefällt es auch dass hier die etwas größeren kettenteile gewählt worden sind und generell gefallen mir die kettenteile auch vom aussehen ziemlich gut die sind nämlich in so einem leichten silberton was die ketten am perfekt laufen hindert sind aber leider die zahnräder die hier verbaut sind denn diese zahnräder drehen sich ziemlich schwergängig und dann kann man die besten ketten drauf bauen dann drehen sich natürlich auch die ketten schwergängig mit steinemäßig ist hier vom aussehen auf jeden fall noch einiges zu holen man sieht denke ich auf den ersten blick die farbabweichungen finde ich bei panzer nicht allzu schlimm weil panzer haben vielleicht einen kampfeinsatz hinter sich dort wurde noch mal was geschweißt eine platte ausgetauscht oder ähnliches so kann man sich das erklären warum bei einem panzer vielleicht verschiedene farbtöne drin sind aber die steine sehen auch ziemlich abgegriffen aus eher wie gebrauchte steine auch das kann man sich mit der eben genannten erklärung schön reden aber generell spricht das natürlich nicht unbedingt für die steinequalität verbauen lassen sich die steine richtig gut bis auf eine ausnahme und das sind die jumper plates die unter diesen 1x1 surround plates liegen das sieht man auch wenn man von der seite schaut hier ist eigentlich alles ziemlich flach und wir haben nur kleine spalte dazwischen außer bei den jumper plates denn die jumper plates waren super fest beim bauen und es hat richtig weh getan die drauf zu drücken ich habe dann am ende so eine zange genommen mit der man auch technik pins leichter raus und rein drücken kann damit habe ich sie dann ganz gut platziert bekommen aber generell war das schon ein wirklicher ausrutscher ins negative mit dieser viel zu hohen klemmkraft und diesem störrischen gefühl beim verbauen teile mäßig fand ich ganz cool dass wir hier zweimal zweier gitterfliesen haben habe ich in solchen sets eher seltener gesehen da kenne ich es eher dass man wirklich hier wieder zwei gitterfliesen hier zwei genommen hätte und so hat man die teile anzahl nicht unnötig in die höhe schießen lassen das ist teile mäßig ein pluspunkt aber es ist doch noch sehr viel luft nach oben und das denke ich so dieser allgemeine schnitt den man meistens bei guanjan erwischt die anleitung war bis jetzt komplett fehlerfrei und auch sehr einfach zu lesen ich hatte bis hier und auf jeden fall trotz der ausbaufähigen steine qualität schon spaß mit diesem set hoffe natürlich dass das so bleibt und baue jetzt weiter und wir sehen uns gleich mit dem fertigen panzer wieder und damit ist auch schon fertig der guanjan 100242 panzerkampfwagen 4 tigerpanzer der bau war weiterhin super unkompliziert und war auch wirklich schnell vorbei und von der seite aus hat es auch ein wenig spaß gemacht es gibt aber so ein paar sachen die mir diesen panzer etwas vermiesen punkt 1 ist die steine qualität da haben wir schon drüber gesprochen im zwischenbauschritt es ist genauso geblieben es sind nicht die schlechtesten steine die hier in der hand hatte aber sie sind auf jeden fall unterdurchschnittlich vom baugefühl sowie vom aussehen also da ist noch massiv luft nach oben ich habe schon wirklich die steine so gedreht dass die anguss punkte nicht so offensichtlich nach außen stehen und trotzdem seht ihr hier überall anguss punkte und das vermisst am ende auch das gesamtbild des panzers funktionsmäßig haben wir wie gesagt die ketten die sich auf einem glatten boden nicht mit drehen auf einem rauen boden drehen sie sich mit und wir können den geschützturm drehen aber leider auch nicht um 360 grad weil er immer hier hinten an den runden teilen anstößt das finde ich auch schade was ich hingegen gut finde ist dass wir hier keine sticker haben sondern wir haben drei prints das ist geprintet diese luke ist geprintet und auch hier vorne die scharte ist geprintet die druckqualität ist in ordnung es sind keine spektakulären drucke aber sie sehen auch nicht schlecht aus man kann auch noch hier diese luke öffnen und man könnte jetzt hier eine figur rein stellen aber sonst haben wir keine inneneinrichtung die man irgendwie im turm bewundern könnte deshalb ist das so eine funktion die ich persönlich nicht unbedingt gebraucht hätte beim Diorama es ist natürlich praktisch wenn man da eine figur rein stellen kann vom generellen aussehen kann man schon einen tiger erahnen hier wurde für den maßstab der tiger zumindest angedeutet aber auf dem niveau von kobe ist das noch lange nicht ich habe ja bei panzern sowieso immer das gefühl dass jeder dunkelgraue panzer der kein richtiges vorbild hat am ende einfach tiger genannt wird wird schon passen hier ist es nicht ganz so schlimm weil man hier einen tiger erahnen kann mehr aber eben auch nicht wir haben auch zum set ein paar ersatzteile ich finde es ziemlich gut dass einige kettenteile dabei sind zwei baurichtungsumkehrer so eine bügelperle eine hand und so eine round plate ist mit dabei auch haben wir einen träger mit ausrüstungsgegenständen da sind drei pistolen dabei ein fernrohr ein dolch und zwei becher also kann man seine figuren wenigstens ausrüsten und apropos figuren auch von denen haben wir welche dabei die druckqualität auf den oberkörpern ist okay auch die gesichter sehen ganz gut aus bei ihm sind die beine vorne bedruckt bei ihm hier nicht und auf dem rücken sind sie wenigstens noch bedruckt wir haben hier auch wieder die schultergelenk teile und die beine sind hier in die stiefel und den rest der beine getrennt die qualität der figuren ist leider trotzdem unterdurchschnittlich einmal stehen sie sehr sehr locker also wenn man die zwei dreimal hin und her bewegt dann fallen die einem ab und dazu im krassen gegensatz sind die armgliedmaßen sehr fest in der bewegung was natürlich nicht gerade hilfreich ist wenn die füße so leicht abgehen und was meiner meinung nach gar nicht geht ihr seht bei dem schwarzen kollegen hier das ist ja so ein wenig rau an dem bein ist und das hat mich vom aussehen an etwas verkurkeltes erinnert dann habe ich daran gerochen und es hat wirklich verschmort gerochen und das geht gar nicht also insgesamt leider ein ziemlich durchwachsenes erlebnis auf der positiv seite haben wir das alles geprintet ist und dass es zumindest grob an einen tiger erinnert auf der negativ seite haben wir eine sehr ausbaufähige steinequalität figuren die auch wirklich große fehler aufweisen und dann auch noch ziemlich nah an den lego figuren dran sind heißt wenn man das aus china importiert kann es im zoll probleme geben die erzeuger will wissen ob sich in der sendung eventuell gefälschte markenware befindet und damit hält es sich die waage wer jetzt einen günstigen panzer braucht um ihn sich ins diorama zu stellen kann sich so ein grand panzer hier nehmen wer wirklich mehr erwartet und vor allen dingen leute die schon grobe qualität gewohnt sind können von diesem panzer höchstwahrscheinlich enttäuscht werden es ist wirklich schade dass man bei guanjan entweder richtig gute sets bekommt und teilweise richtig schlechte vor allen dingen wenn es wie hier an der teilequalität scheitert und die in anderen sets sehr gut war also hier gibt es auf jeden fall noch luft nach oben das hat sich schon von der anleitung über den panzer bis zu den figuren so durchgezogen deshalb gibt es von mir zu diesem set leider keine kaufempfehlung wenn du dieses set selber besitzt schreibt gerne eure meinung dazu mit in die kommentare hattet ihr vielleicht bessere steine oder habe ich irgendetwas wichtiges vergessen schreibt es mir gerne damit helft ihr mir und der community wie immer sehr weiter und wenn euch dieses video gefallen hat lasst wie immer gerne den daumen nach oben und abo da um in zukunft nichts mehr zu verpassen ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer mali prig